wir haben wir gucken so meine lieben freunde da sind wir wieder zurück bei 7s2die und ja wir sind jetzt reingegangen ihr seht ich habe es noch nicht aktiviert wir machen das mal damit ihr das seht ja so hier haben wir schon den ersten gut ja 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 geil geil ist das geil was haben wir denn hier schön ist auch hoch prima ja hier kriegen wir leider raus aber wir machen das mal mit dem mit der knarre und schauen dann mal was passiert leder holz normalerweise kann es schon passiert dass er auch geld bekommt so kampfanzug tragen ok das nehmen wir mit das nicht immer schön auch die container ich nenne das container immer schön die container leer machen dann fühlt sich das auch mit neuem lot irgendwann wenn die sachen nicht braucht einfach rausschmeißen so meine lieben freunde jetzt weiter aber ich kann das alles schön looten so rezepte oder machen uns direkt mal hier so kleine verbände fertig schnell denn wer weiß wofür wir die brauchen können waschmaschinen kann man nicht mehr die trockner kann man nicht ist das waschmaschinen trockner sehen anders aus so da haben wir auch mal da oben ja hier blaue die blauen säcke das material da könnt ihr ähm pflastersteine rausbekommen aber da habe ich jetzt keine verwendung für quasi oh nein nicht dunkel werden na komm einen jemand haben wir so dass die immer so laut sein müssen ne ist hier noch jemand nicht dass ich hier in der falle laufe schmeiß mal das raus brauchen wir nicht ich will nur gute sachen bluten jetzt da sowas zum beispiel hoho toll ist hier auch noch was warte mal kann ich irgendwie eine fackel herstellen stoff tierfett verdammt habe ich nichts dabei ne ja trinken ist immer gut und essen auch können wir benutzen durchfall zwölf prozent ja das geht schon das geht ja 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 das verwenden wir ja auch eigentlich um was anderes herzustellen nicht zum essen ne so nehmen wir alles mit ach mann 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 was ist denn hier drinnen hatten wir die nicht gerade leer gemacht heidelbeeren kann man daraus irgendwas machen heidelbeerkuchen natürlich und antibiotikum ja aber heidelbeer samen warum geht das nicht gerdner brauche ich einen punkt für ne ja so könnt ihr das rauskriegen Leute haben wir den nicht ach so okay ich sag nichts es ist mir ein bisschen zu dunkel hier warum denn los wir haben sitzen 47 das ist nicht gerade optimale zeit für uns hier ne oh pilzsporen sehr gut und die dollars hier ne so hallo ne so geht das nicht so geht das nicht ne 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 hebe ich das mal schnell wieder auf hehehe ich weiß nicht wie man es anmacht verdammt hehehehehe jetzt wollte ich mal einen zeigen ach ne bitte kein stühlchen einpacken ne ne so es ist dunkel ne ist blöd jetzt ja es ist blöd wenn es dunkel ist aber hier scheint auch keiner zu sein Mensch warum hab ich denn warum hab ich denn jetzt keine Fackel dabei so hier ist alles fertig geh nochmal hier rein Kleidung liegt auf dem Boden müsst ihr dann auch looten ne was bringt das und da ist bestimmt nix hinter hehehe ja da auch nicht ok was ist das denn das sieht nicht so aus als wenn da was wäre ne ne das ist einfach nur zugemachte Fenster aber da da ist was versteckt naja so ein tollen Loot ist das aber hier nicht so dann gehen wir mal hoch what wer ist denn da hallo hallo bitte da sind die Böden kaputt Leute oh komm mal her hehehe ja ich sag's dir ich könnte bestimmt nichts sehen das das möchte ich nicht oh das ist noch oh guck mal das ist der Hauptloot so den Hauptloot haben wir auf jeden Fall und sicher gestellt oh das ist sehr gut aber ich hab keinen Platz mehr ja den Hauptloot haben wir liebe Leute und ich habe überhaupt keinen Platz ja da müssen wir uns weit entfernt ich kann ja einmal die Spritze dann nehmen um hier raus zu rennen wir müssen uns weit entfernt auf jeden Fall mal so eine Kiste noch bauen bauen so fertigen nicht wahr so wir trinken mal was und essen mal was benutzen dann nehmen wir die Spritze dann schmeißen wir den Scheiß wieder raus so raus ok ja das sieht doch schon oh ne Wasserreinigungsmod wisst ihr was das ist damit könnt ihr nämlich wenn es in deinem Helm installiert ist jegliches Wasser trinken toll ne ohne es zuvor zu kochen also trübes Wasser kann ich dann trinken ja und ähm das nehmen wir alles mit das sind alles super Sachen oh geil 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 sag ich nur ähm ja man der Knüppel der Knüppel der kann hier bleiben und das Messer auch so haben wir nämlich ein besseres nicht wahr ja sehr schön so das beste ist nachher ist der Loot wieder voll haha ihr werdet sehen auch schön ja 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 so machen wir mal schnell hier Kleinholz naja es geht so ne 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 ich sollte es auch mitnehmen ja ich weiß gleich was besseres drin so das war das das war das ja sonst ist hier nichts mehr aus na vielleicht da ja kann man da hin ha nein ja das kann man so klein machen so aber da oben ist dann auch nichts mehr so und jetzt kommen schon da die äh äh ganzen Spacken und wir gucken einfach mal dass wir hier runter kommen und das aktivieren aber hier ist auch immer so viel los naja so viel schaden macht es ja nun nicht ne spaßhalber ist es ok ok hier mal reingucken schnell auch noch Blätter so und jetzt werden wir erst jetzt werden wir uns auf jeden Fall nach vorne begeben so hier müssen wir mal eben weg auch mit dem Fahrrad wegfahren bitte denn es könnte sein dass das Fahrrad absolut wächst bohrend so stellen wir das hier hin ja hier oben auf dem Berg Halt stopp was war das Halt stopp was war das ja oh das ist ein Hund so ein Tod ja ja wir haben ihn wir haben uns das mettert so so Leute da wo wir markiert haben ist dann unsere unsere Kiste weil wir müssen Platz so stellen wir unsere Kiste auf hier und packen die voll trinken wollen wir ja hier behalten trinken essen hier behalten und das sind Sachen die wir zum reparieren unserer Stadt und das nehmen wir wieder mit so ach stopp mal das kann ich doch gebrauchen ne so machen wir das erst mal noch ein bisschen trinken noch ein bisschen und packen den Scheiß hier rein so nachladen so dann gehen wir das mal aktivieren und dann werdet ihr feststellen es ist ja wieder alles neu ja ja genau so wir müssen nämlich drinnen bleiben um die Gegner kaputt zu machen das ist einzig blöde daran aber das werden wir schon hinkriegen oder? ja seht ihr? es ist alles wieder da was vorher auch schon da war wir müssen einfach nur vorher das einfach mal gemacht haben und schon könnt ihr wieder von neuem looten das ist sehr praktisch es sind jetzt aber auch andere Sachen drin seht ihr? ok hier war ein Zombie vorher ja jetzt nicht mehr da sehe ich glaube ich was ja hi na alles gut komm mal her süße ja so kann man looten erfolgreich looten leute ich hätte gedacht ich hätte da was gehört habe ich bestimmt auch und mein den habe ich übersehen verdammt oh das habe ich auch übersehen ja ihr müsst aufpassen wo was rumliegt ne leute so wir gehen erstmal hier ja hups komm mal ihr seh nichts tut mir leid dass es so dunkel ist leute habt ihr gesehen der hat Abwehrstellung und säubere das Gebiet ja insofern es was zu säubern gibt ja müsst ihr mal im Moment einen dunklen Raum gehen damit ihr was seht je nachdem wo ihr gerade seid und die Sonne euch das nicht leicht macht hä? boah ich sehe ja gar nichts mehr ey soll über das Gebiet drinnen bleiben ja wir sind drinnen hier waren wir schon von hier kommen wir wir haben alles durchsucht ne? ja hier waren wir auch dann bleibt ja nur noch ein Raum und das wäre Moment mal boah ich seh nix mehr ah es ist dunkel leute ich würd sagen wir warten bis es hell ist und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wenn es dann nicht auch weiter geht gell? euer Grober Wahnsinn und tschüss!